Auch wenn er einst einer der besten Fußballer der Welt war und heute einflussreicher und erfolgreicher Sportdirektor des Deutschen Fußballbundes ist, auf Fußball reduzieren lässt sich Matthias Sammer nicht. Mit Kinder und Bewegung haben Matthias Sammer und sein Team in Sachsen eine Bewegungsinitiative gestartet, die er nun nach Braunschweig bringt. Zusammen mit der Kleven-Becker-Stiftung und United Kids Foundations soll die langfristige Förderung natürlicher Begabung und die Entwicklung der Stärken und Talente unserer Kinder durch intensive Bewegungsmotivation und spielerisches Bewegungstraining gewährleistet werden. Eigens geschulte Bewegungstrainer werden an 30 Schulen der Region in Ergänzung zum bestehenden Sportunterricht den Spaß an der Bewegung vermitteln und stärken. Die aus diesem Pilotprojekt gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu dienen, das Programm eines Tages an allen Schulen Niedersachsens anzubieten.